Hallo und herzlich willkommen bei Prachtwerk Time for Beauty. Ich bin die Julia, bin 1993 in Graz geboren und bin das Gesicht hinter dem Prachtwerk Time for Beauty. Meine kleine Kosmetikstudio, das in Linz-Piechling ist. Ich bin der Meinung, dass jeder das erreichen kann, was er sich als Ziel setzt. Jeder von uns hat doch Träume. Und deswegen möchte ich euch heute ein bisschen etwas über meinen Traum erzählen. Meine Berufswahl hat bestimmt etwas mit meiner Neigung zu einem kleinen perfektionistischen Ästhetik-Frick zu tun. Ich liebe alles rund um Beauty, Healthiness, Food, Fashion, Lifestyle und einfach Dinge, die das Leben schöner machen. Mich ständig neu zu erfinden, sich weiterzuentwickeln und Erfahrungen zu machen, das freizt mich am Leben. Wenn ich mich in etwas hineinstütze, dann mit vollem Alarm und mit ganzem Herzen. In meinem Kopf begann der berufliche Plan ja schon sehr bald. Seit meinem zwölften Lebensjahr beschäftige ich mich irrsinnig gern mit Kosmetik, Make-ups und Frisuren. Und seit diesem Zeitpunkt habe ich auch einen Lieblingsraum, das Badezimmer. Ich entschied mich, eine Lehre als Kosmetikerin und Fußpflegerin zu machen und hatte auf während meiner Ausbildung super Möglichkeiten, viele Seminare und Fortbildungen zu besuchen. Anschließend bestand ich meine Lehrabschlussprüfung im Jahr 2012 mit Auszeichnung. Nur mal meine Wiesbegeber weinten nicht gestillt und ich machte mich auf in die Modemetropole München, um mich dann weiterzubilden. Dann absolvierte ich unter anderem meine Ausbildung zum Make-up-Artist, Fashion-Stylist und erlernte die Airbrush-Technik. Es war für mich faszinierend zu erfahren, welche Möglichkeiten Mode und Styling eröffnen. Wieder zurückgekehrt, wollte ich natürlich gleich den nächsten Schritt in meiner Ausbildung wagen. Ich absolvierte nach sehr anstrengender Lernphase meine Meisterprüfung mit Auszeichnung. Das war einer der schönsten Momente für mich im Leben, einfach die Bestätigung für Fleiß zu erhalten. Nun stand mein Traum nichts mehr im Wege. Ich tüftelte eifrig nach einem passenden Konzept, um meinen eigenen kleinen Traum wahrzumachen. Nach tatkräftiger Unterstützung meiner Familie und meiner Freunde, ja, stehe ich jetzt hier in meinem Prachtwerk. Da eine schöne Erscheinung ja auch ein Zufall ist, biete ich euch verschiedenste Behandlungen von Kopf bis Fuß an. Hier in meinem Flyer wird ja alles aufgelistet, genauso wie auf meiner Homepage. Außerdem habe ich noch einen Wedding-Service, kann für Fotoshootings gebucht werden oder einfach mal, wenn du dich für deinen perfekten Tag verschönern lassen willst. Zu einem tollen Auftritt gehörte auch das passende Outfit. Dazu biete ich euch Fashion-Beratungen an und wir können gemeinsam herausfinden, welche Farben und Schnitte dir am besten stehen. Es freut mich sehr, dass ich mit diesem Video meinen Traum mit euch teilen kann. Und vielleicht lernen wir sie schon bald von mir im Prachtwerk kennen. Bis dahin freue ich mich, wenn ich euch weiterhin auf meiner Facebook-Seite, meiner Instagram-Page und meinem Blog am Laufenden halten kann. Björk von Moscow Musik 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 Musik